herzlich willkommen zu meinem video explore create share mobiles lernen mit tablet apps und cloud viel spaß dabei mein name ist andré spang meine hashtags sind mobiles lernen musik religion auf twitter finden sie mich unter dem namen tastenspieler die schule an der ich unterrichte ist die kaiserin augusta schule ein gymnasium in der südstadt von köln mit ungefähr 90 lernenden und 1000 lernenden diese herrschaut in einen 3d drucker das bild ist das cover des horizon report des new media consortium eine jährlich erscheinende studie wie sich moderne bildungstechnologie auf die bereiche lernen forschung und lehre auswirken dieser report gibt drei zeitfenster von 1 bis 5 jahren und die darin stattfindenden veränderungen an es geht um mobiles lernen cloud computing gamification und tragbare technologien und deren zunehmenden einfluss sehr interessant ist auch die 2014 erschienene ausgabe des horizon reports für entwicklung in europäischen schulen auch hier sehen wir den massiven einfluss der digitalen technologien wie cloud computing und tablets mobiles lernen und zum ende der dekade auch das personalisierte lernen und virtuelles oder sogenanntes remote learning starken einfluss üben soziale medien die veränderung der rolle der lehrenden und die zunehmende bedeutung von freien bildungsmaterialien den sogenannten oer aus die herausforderungen liegen hier in der verstärkten ausbildung von lernenden und lehrenden im bereich der informationstechnologien in der generierung authentischer lernszenarien und schließlich in der unterstützung von komplexen denken und kommunikation und der integration der lernenden als co designer von lernprozessen ganz spannend ist auch die studie jugend 2 0 der bitkom die nun schon aus dem jahre 2011 ist und uns auch da schon zeigt dass fast 98 prozent der jugendlichen zwischen 10 und 18 jahren online sind in der aktuellen gym studie jugendinformationen multimedia aus dem jahr 2014 lesen wir dass 88 prozent der jugendlichen bereits ein smartphone in ihrer tasche haben 50 prozent der 12 bis 13 jährigen davon haben bereits eine internet flat rate auf ihrem smartphone medienkompetenz als bildungsauftrag von schule findet sich bereits seit jahren im schulgesetz des landes nordrhein westfalen aber auch als kompetenzbereich in nahezu allen lehrplänen aller fächer des landes doch auf was kommt es im bereich der medienkompetenz an für mich sind es ganz klar die 21st century skills die dafür sind und zwar kreativität kritisches denken kollaboration also zusammenarbeit und kommunikation wichtig sind diese da wir den sogenannten digital natives die wir auf diesen fotos sehen zeigen müssen wie sie die die weiß ist die sie täglich nutzen um wie hier meist zu chatten oder mit ihren großeltern zu sprechen und ihnen das neueste spiel auf dem tablet zu zeigen wie sie diese eben auch konstruktiv und sicher nutzen können die schule dreht diese lebenswelten um stellt sich auf den kopf denn die meisten schulen verbieten die nutzung mobiler geräte und ja spielen sozusagen den elfenbeidenturm kritische stimmen sagen dass das gut ist dass die schüler sich in der schule eben vor diesen digitalen welten zurückziehen können und endlich mal richtig lesen schreiben und rechnen lernen das tablet projekt das ich an unserer schule seit 2011 koordinieren darf bietet die möglichkeit mit den lernten genau auf diese herausforderungen einzugehen und sie eben fit zu machen für das 21 jahrhundert die tablet sind dabei nicht etwa konsumgeräte oder geräte zum chatten oder daddeln sondern sie sind eben integrierte kreativ tools mit denen die lernten nicht nur problemlos im netz recherchieren lernen können sondern auch vor allem zahlreiche medienprodukte erstellen und bereitstellen können mit denen dann wieder andere lernen weiter arbeiten und sie remixen und weiter produzieren können dabei leisten die device seit nun vier jahren sehr gute dienste und haben den täglichen einsatz nahezu unbeschadet überstanden was machen wir damit wir erstellen präsentationen sogenannte keynotes wir erstellen videos kleine lernvideos oder interviews wir erstellen ebooks wir produzieren musik alles auf einem gerät mit integrierten mikrofonkamera und schnittplatz auch als maker sind die lernenden unterwegs sind maker keine teker und sie produzieren 3d designs sie arbeiten projekt basiert nutzen augmented realitys und arbeiten handlungsorientiert mit den devices externe lernorte auch das ist kein problem mit mobilen geräten hier sehen sie eine fünfte klasse wie sie gerade die kirchen in unserem viertel filmt und daraus einen film produziert oder auf der rechten seite das papierfreie lernen im klassenraum kabellos leute das ende der kreidezeit ein play ist die heißt form of research sagte albert einstein einmal und tatsächlich sind wir menschen die einzigen auf erden die eine strikte unterscheidung zwischen spielen und lernen machen das spielt an auf die gamification die wir vorhin auch im horizon report schon gehört haben gamification zum beispiel mit dem sandkasten spiel minecraft mit dem die landen virtuelle welten erstellen lassen zum thema klimawandel oder kirchen bauen aber auch vor coding machen wir nicht halt und die landen erstellen selbst lernen apps oder eigene spiele die vorteile noch mal kurz auf den punkt gebracht eines solchen mobilen gerätes sind die lange akkulaufzeit schnelle einsatzmöglichkeit die mobile einsatzmöglichkeit die haltbarkeit des gerätes die einfachheit der handhabung und auch eben die einfachheit ist zu administrieren das geschlossene system ist nicht zu manipulieren es gibt zahlreiche apps die man auf dem gerät nutzen kann somit ist das gerät sicher in der handhabung hinzu kommen die apps von drittanbietern auch mittlerweile von microsoft und google gibt es zahlreiche apps die sich auf dem gerät unter ios nutzen dürfen aber auch sehr viele apps im bildungsbereich und die apps der schulbuchhersteller mit einem solchen gerät hat man die chance lernkulturen zu verändern wenn sich die rolle der lehrenden und lernenden ebenfalls ändert und nichts unterschätzen natürlich der spaßfaktor der von einem device ausgeht stichwort oea open education resources wir erstellen wie schon erwähnt selbst eigene materialien im unterricht die wir zum lernen nutzen und dann auch an andere klassen und an andere schulen weitergeben können dazu nutzen wir eine lernplattform das schulvigi der stadt köln als offene lernplattform für unsere lernen auf dem die schülerinnen und schüler inhalte erstellen teilen klassen und fächerübergreifend arbeiten können so sind zum beispiel in meinem fach religion schon einige ebooks entstanden in denen sogar apps und spiele integriert sind die die lernenden selbst erstellt haben aber auch texte videos interviews und vieles anderes mehr auch für social media machen wir nicht halt stichwort konstruktive und bewusste kritische nutzung dieser netzwerke und im handeln mit medien kommt man auch in das gespräch über medien und kam etwaige schwierigkeiten authentisch und auf augenhöhe thematisieren hier zum beispiel gerade eine twitter diskussion im fach deutsch auch eigene kleine fernsehsendungen produzieren die lernenden hier mit google plus hangouts strong teachers don't teach content google has content strong teaching connects learning in ways that inspire kids to learn more and strive for greatness das ist für mich ein entscheidender satz ist kann heute wo informationen und wissen überall zugänglich sind nicht um reine wissensvermittlung gehen sondern es geht wie zu anfang erwähnt um vermittlung von kompetenzen um die möglichkeit wissen zu finden und kritisch zu bewerten und selbst stark zu werden stark das sind auch zum beispiel diese drei die ihre mittlerweile erlangten kompetenzen im bereich der digitalen medien selbst in workshops in der stadtbibliothek in köln weitergeben im makerspace das ist lernen durch lernen vielen dank fürs zuschauen und dass sie dabei geblieben sind weitere informationen finden sie unter dem video im kommentarfeld da gibt es einige links und nun wünsche ich ihnen viel spaß beim lernen explore create share machen sie´s gut und 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 und